Also, hallo und herzlich willkommen zusammen, auch für die Teilnehmenden. Es werden immer mehr, das freut mich sehr, der rein war unbeabsichtigt, aber es ist immer ganz schön. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Online-Veranstaltung Landschaft als Wasserspeicher, wo es um die gleichnamige Studie des Naturparks Südschwarzwald gehen soll. Und das Thema ist von absoluter Brisanz und Relevanz. Ich denke, viele von Ihnen, die hier auch jetzt zuschauen, haben das dieses Jahr ganz hart gemerkt. An den eigenen Flächen. Die Folgen des Klimawandels machen sich auch bei uns hier in Südbaden sehr stark bemerkbar. Wir haben ein verändertes Niederschlagsregime, sehr viel Trockenheit im Sommer, dafür stärkere Niederschläge im Winter beispielsweise. Die Durchschnittstemperaturen erhöhen sich, um nur ein paar Sachen zu nennen. Ich will Ihnen ja nicht vorweg greifen. Tatsache ist, dass sich eben diese Veränderungen auch auf die Landschaft und auch auf die Bewirtschaftungsweisen auswirken. Und dass wir uns mit diesen Themen einfach in der Zukunft immer stärker auseinandersetzen müssen. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute hier mehrere Personen begrüßen dürfen, die sich mit dem Thema schon ausgiebig auseinandergesetzt haben. So hat der Naturpark Südschwarzwald ja schon 2019 einen Abschlussbericht zu einer Vorgängerstudie Landschaft im Klimawandel herausgegeben. Und jetzt eben mit der neuen Studie Landschaft als Wasserspeicher die konkreten Maßnahmen in den Blick genommen, die Bewirtschaftler anwenden können, um eben das Wasser auf ihren Flächen zu halten, um sozusagen besseres Wassermanagement zu betreiben. Und ich freue mich sehr, heute da einen kleinen Einblick zu gewinnen. Später kommen auch noch Praktiker hinzu, beziehungsweise ein Praktiker. Wir haben leider eine Absage bekommen von einer Teilnehmenden, die ist kurzfristig verhindert. Aber ich denke, wir bekommen trotzdem tolle Einblicke und ich freue mich. Jetzt würde ich gerne in die Runde abgeben und eine ganz kurze Vorstellungsrunde starten. Noch eine ganz kurze Sache, auf die ich Sie hinweisen möchte, ist eben, dass auf der Website von dem Naturpark Südschwarzwald auch die Studie einsehbar ist. Also ihr packt das auch alles unten in die Caption rein von unserer Aufzeichnung. Und wenn Sie im Hintergrund ein beständiges Tibbeln hören, dann bitte ich, das zu entschuldigen, weil unser Hund anscheinend immer noch Hunger hat. So, ich würde gerne mal an Herrn Schöttle abgeben. Vielen Dank, Herr Schöttle, dass Sie da sind. Da bin ich im Vorteil. Ich habe unsere Katze schon gefüttert. Sie liegt voll und brav auf dem Sofa. Ja, liebe Interessierte an diesem Fußballabend, herzlich willkommen auch. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Thema interessieren. Ich möchte anfangen mit der kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Roland Schöttle. Ich bin seit über 18 Jahren Geschäftsführung Naturpark Südschwarzwald. Mein Hintergrundbild habe ich deshalb gewählt. Jetzt fast ein frühlingshaftes, sommerhaftes Bild, weil wir A, auf dem Feldberg gar keinen Schnee mehr haben und B, weil das Bild eigentlich ganz gut ausdrückt, um was es heute geht, um was es mir geht und was es im Naturpark geht. Es geht ihm um die Offenhaltung dieser artenreichen, vielfältiger Kulturlandschaft. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie auch Dörfer noch in meinem Hintergrundbild, nämlich Mensch und Natur soll im Naturpark zusammenkommen, ist unser Fokus. Soweit zu meiner Person. Dann würde ich Herrn Wippel weitergeben. Ja, mein Name ist Bernd Wippel. Ich arbeite seit gut zehn Jahren bei der Firma Unique Land Use. Wir arbeiten national und international an Themen der Landnutzung in Forst- und Landwirtschaft und haben uns da quasi verschrieben der Aufgabe, Nutzungskonzepte, nachhaltige Nutzungskonzepte zu entwickeln. Und wir sind schon seit, glaube ich, jetzt, also ich selber seit 15 oder 20 Jahren mit dem Naturpark gemeinsam in Projekten unterwegs von ganzjähriger Weidehaltung, Außenhaltung von Rindern, zu Waldthemen, zu Naturschutzthemen unterwegs. Und wir haben jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren dieses Projekt Landschaft als Wasserspeicher durchgeführt. Dann gebe ich weiter an meinen Kollegen Axel Weinreich. Das ist noch stumm. Danke. Jetzt geht es besser. Einen guten Abend auch von meiner Seite. Axel Weinreich, mein Name. Ich bin auch tätig bei Unique Land Use und an den genannten Studien im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Gebietskulisse des Naturparks auch in den letzten Jahren beteiligt und so auch an dieser Studie zur Landschaft als Wasserspeicher. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bernd, du wolltest den Bildschirm, glaube ich, teilen oder Axel? Dann würden wir, glaube ich, in die erste Folie einsteigen. Axel, würdest du es machen? Ich würde gerne das nochmal anfassen hier und meine Anmeldung oder meine hintereinander bringen. Sichtbar? Jetzt ist es sichbar. Vielen Dank. Ja, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, in dem wir, das wir heute informieren wollen, ist ein Thema des Hochrelevantes, Landschaft als Wasserspeicher. Unser Themenfeld ist heute Maßnahmen des Wassermanagements auf Landschaftsebene sowie in Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Naturpark Südschwarzwald. Frau Tascale hat es vorher schon beschrieben, die Studie oder Machbarkeitsstudie, die fertig geworden ist, finden Sie im Anhang für diejenigen, die sagen, Studie ist Studie. Wir haben im Grunde die wunderbare Chance bekommen, auch von unserem Fördermittelgeber, dem Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg, hier auch die Umsetzung mit zu organisieren. Das heißt, das, was wir Ihnen jetzt noch einigermaßen theoretisch vortragen, werden Sie hoffentlich Ende der nächsten zwei Jahre dann auch so an verschiedenen Orten im Schwarzwald sehen. Nächste Folie. Wir würden mit Ihnen gerne heute sprechen, zunächst mal über den Südschwarzwald unter dem Titel Aus der Wasserfülle in die Knappheit, dann das Projekt Landschaft als Wasserspeicher vorstellen, vor allem unseren Ansatz, Experten, Praxis, Modellierung, das ist der Kernansatz unserer Machbarkeitsstudie und dann Ihnen als Abschluss für diesen Kurz-Input dann Ergebnisse und Ausblick geben, wie soll es denn in diesem Machbarkeitsstudie mit diesem Projekt bei uns weitergehen, bei Naturpark. Nächste Folie. Ja, auf der rechten Seite sehen Sie die, denke ich, dem einen oder anderen einigermaßen bekannte Folie, der ganz bekannter Überblick. Sie sehen den Naturpark Südschwarzwald, links außen im Westen die Stadt Freiburg auf irgendwelchen 235 Meter Höhenlage und der Feldberg natürlich mit 1493 Meter Höhenlage. Wir befinden uns eben in diesem Mittelgebirgslagen, die dadurch geprägt sind im Südschwarzwald, dass sie halt noch viele offene Landschaften haben eigentlich. Also ein ähnliches Verhältnis von Wald und ... Herr Weinreich, Herr Wippel, Sie sind noch da? Ja. Dann ist es der Herr Schöpfle, der ja leider gerade kurz hängt. Sie können gerne übernehmen, wir können auch gerne kurz warten. Manchmal da bekommen, dass die Referierenden ja leider gar nicht mit, dass sie hängen. Ich würde einfach weiterreden, bis der Herr Schöpfle wieder einsteigt, wenn Sie einverstanden sind. Ja, ich würde ganz gerne, Herr Wippel, noch einen ganz kurzen Hinweis an die Zuschauenden geben, dass sie gerne Fragen im Chat stellen können. Ich werde das immer schön im Blick behalten und dann an die Referenten immer schön weitergeben. Genau. Danke. Gut. Also hier der Naturpark Südschwarzwald, einer der größten oder ich glaube sogar der größte Naturpark in Deutschland, in ganz, sagen wir mal so, exponierten Stelle in Südwesten Deutschlands, mit, ja, ich sage mal, mit diesem Wechsel in der Landschaft zwischen Offenlandwald und diesen Mischbereichen von Sukzessionsflächen, typischer Mittelgebirgsstandort, der hier eigentlich aus der Vergangenheit überhaupt kein Wasserproblem hat und immer gut Wasser versorgt ist und auch durch diese Höhenlagen ganz besondere Formationen bringt, also Borstgrasrasen und artenreiches Grünland. Viele FFH-Lebensraumtypen sind hier im Wald und im Offenland zu Hause und mit großen Flächen vorhanden und die kommen jetzt sozusagen, werden konfrontiert mit einem abnehmenden Niederschlag in der Vegetationsperiode mit höheren Temperaturen und damit, ich sage mal, ein Stress ausgesetzt, der in den Vorgängeruntersuchungen so deutlich herausgearbeitet wurde und wo wir sagten, es wäre eigentlich interessant, mal zu schauen, wie kann denn Landschaft und bewusst nicht jetzt Grünland, Ackerland, Wald, sondern Landschaft, so auf dieser, ich sage jetzt mal einen englischen Begriff, auf dieser Landscape-Ebene, wo können da Maßnahmen getroffen werden, die hier für eine verbesserte Wasserversorgung sorgen und diese Klimawandel, diesen Klimawandelleffekte abmildern und kompensieren. Ich glaube, ich könnte wieder übernehmen. Ah, Roland, bist du wieder da? Ich habe mich schon so warm geredet. Schon warm geredet, das ist gut. Also du darfst übernehmen. Wir sind ja gut abgestimmt, genau. Und der Fokus, zum Naturpark an der Stelle nochmal zurückzukommen von unserem Anliegen, ist natürlich immer der Mensch. Uns interessiert natürlich die Zukunft der Landwirte nochmal. Die Landwirtschaft gibt es seit hunderten von Jahren im Schwarzwald und wir wollen dafür sorgen, dass sie auch in hunderten von Jahren in der Zukunft noch überlebensfähig ist. Und deshalb sind dieses Setting von Machbarkeitsstudien, das wir eben angesetzt haben, für die Besonderheit, die der Rippel beschrieben haben, für diese Mittelgebirgssituation, möchte praktisch Perspektiven bilden nochmal, bieten, wie wir vorankommen. Und ein Teil immer unserer Machbarkeitsstudie sind tatsächlich auch immer Forderungen an die Politik. Noch tatsächlich, es sind große, das werden Sie nachher hören, Transformationsleistungen der Landwirtschaft zu leisten. Natürlich haben sich die Schwarzwaldbäuerinnen und Bauern immer angepasst, gar keine Frage. Aber es sind große Herausforderungen, wo im Zweifelsfall auch finanzielle Zahlungen notwendig sind. Und das ist auch ein Fokus. Genau. Ja, aus der Wasserfülle in die Knappheit. Die Zeitungen sind gerade im Moment voll. Jetzt hat es mal wieder nachtlang geregnet. Das hat unsere kleine Seele wieder beruhigt. Die Dreisam sieht auch schon wieder einigermaßen anständig aus. Aber ich gehe davon aus, dass heute Fachpublikum dabei ist, ihre Äcker, die sie vielleicht gerade sich überlegen, zu richten. Oder irgendwelche letzte Baumpflanzungen im Wald. Das ist dieses Jahr schon sehr besonders und komisch, dass man hofft, dass überhaupt das Getreide entsprechend aufläuft. Oder die Bäume dann nicht doch noch gegossen werden müssen. Genau. Die Folge natürlich jetzt für diese Herausforderung sehen wir aber nicht nur forstwirtschaftlich, sondern auch im Bereich Naturschutz. Und da darf ich um die nächste Folie dann bitten. Genau. Die Kernanliegen von unserem Projekt sind einfach ganz konkret. Ein Hinweis zu geben, nochmal, wie die Landwirtschaft im Grunde sich fit machen kann. Sich fit machen kann. Unsere Perspektive sind in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Wir stellen Ihnen vor praxistaugliche Empfehlungen zur Umsetzung von Maßnahmen genau dieses Wassermanagements in der Land- und Forstwirtschaft. Wir wollen aber diese Maßnahmen natürlich auch quantifizieren. Das heißt, über eine Modellierung die Wirkungsanalyse durchführen und das auf konkreten Betriebsflächen auch ausprüfen. Die Niederschlagsmengen wollen wir verstärkt zurückhalten. Das hat zwei Gründe. Einerseits Ahrtal-Hochwassersituationen natürlich einerseits vermeiden, andererseits natürlich das im Winter verstärkt, die winterverstärkten Niederschläge dann auch zurückhalten, sodass auch im Sommer das Vieh an der Wassertränke einfach noch wieder Wasser vorfindet und der Tränkebrunnen auch im Sommer noch fließt und das Vieh nicht von der Weide runtergeholt werden muss. Und natürlich auch, um unter Einbeziehung des Wassermanagements auch die ökologischen Effekte zu verbessern. Wir haben im Naturpark Südschwarzwald deutlich über 50 Prozent schützenswerte Flächen, EU-, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und dergleichen. Und hier geht es auch darum, tatsächlich dort diese Lebensraumtypen natürlich auch durch solche Maßnahmen zu unterstützen. Die nächste Folie. Wir haben seit, der Wibbel hat es eingangs schon dargestellt, seit einigen Jahren uns im Grunde eigentlich mit verschiedenen Konzepten auseinandergesetzt. Rechts finden Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage. Der eine Punkt war zunächst einmal 2014 bis 2016 die Klimaanpassung für die Landschaft des Naturparks. Dort haben wir anhand von sechs Beispielbetrieben im Grunde Klima-Risikokarten für landwirtschaftliche Betriebe gezeichnet, Maßnahmen diskutiert und das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeglichen. Und die Vorgängerstudie hat sich mit den Schutzkonzepten befasst. Da ging es vor allem darum, dass wir dann doch, denke ich, nachgewiesen haben, dass verschiedene Lebensraumtypen in Wald und Offenland auch besonders vielleicht sogar durch diesen Klimawandel betroffen sind. Und zum Beispiel wird davon ausgehen, dass der Borstgrasrasen, der heute genau an der Koordinate XY steht, dass der in 50, 60, 70 Jahren dort nicht mehr stehen wird. Und das hat auch Konsequenzen für den Landwirtschaftlichen Betrieb auch. Wir haben im Regelfall immer sechs Modellbetriebe, auch so das, was ich Ihnen vorstelle, heute wieder analysiert. Und da ging es immer natürlich darum, eben diese landwirtschaftlichen Flächen unter die Lupe zu nehmen. Im Fokus ging es uns da dabei, bei den Vorausgängerstudien, dass wir einfach das Wasser mehr ins Auge nehmen müssen. Das haben wir getan, die nächste Folie. Und wie schon dargestellt, tun wir das immer mit Praxisbezug. Der nächste Klick. Das ist ein bekanntes Gesicht, das wird heute Abend auch noch zukommen. Das ist der Herr Wolkart. Er ist seit jedem Projekt bei uns bisher als Landwirt, als Vertreter, mit seinem Hof in Schonach mit dabei gewesen. Er hat Christbäume, er hat Grünland, er hat Wald mit dabei, er hat Mutterkuhhaltung. Der zweite Betrieb ist der Clemens Speicher auf dem Hudsonwald in Ibach. Auch eine Person, die sich ganz früh schon Gedanken um die Zukunft seines Betriebs macht. Auch im Hinblick natürlich auf eine Generationenübergang. Er hat auch Wald, Grünland, Forstwirtschaft spielt eine große Rolle. Auch voll im FFH-Gebiet, Ostgrasrasen unterwegs. Dann der Herr Kaiser, der nächste Klick. Er hat Geflügelhaltung, ist sicherlich ein bekannter Betrieb noch. Und Grünland Ackerbau, also das heißt schon mehr im Barbereich. Da spielt die Landwirtschaft mit dem Pflug noch eine wesentliche Rolle. Und dann die Frau Bauer als nächster Betrieb, Entschuldigung, der Herr Schwörer, Moment, der Herr Schwörer ist mit dabei, Milchviehbetrieb noch, der jetzt in ganz besonderer Art und Weise natürlich auch mit der Weidehaltung oder Stallhaltung betroffen ist von der Wasserzufuhr für seine Tiere. Dann als fünfte die Frau Bauer, die heute leider kurzfristig absagen musste, über Sie oder über den Hof werden wir heute relativ viel noch sprechen. Eine Bäuerin in Bernau, die wirklich mitten in den blauen Mauritiusflächen des Naturschutzes sitzt in Bernau. Das heißt, sie mit ihren Koh-Landwirten in Bernau hat eine besondere Art und Weise in der Vergangenheit diese Landschaft sehr geprägt. Und Bernau ist natürlich ein Hochtal, das auch sehr besticht durch dieses gute Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz. Und da geht es natürlich besonders auch darum, die Landschaft offen zu halten. Und zum Schluss ganz unten, schon im Löhracher Raum, der Obsthof Drechsel, der im Grunde schon diese Toskana-Verhältnisse heute schon hat, auf die wir uns alle gemeinsam ja irgendwie vorbereiten. Die nächste Folie. Ein ganz kurzer Folie noch, wo kommen die Mittel her? Gleichzeitig auch die Dankesfolie sozusagen. Das Land Baden-Württemberg hat auch diese Studie gefördert, durchgeführt von der Firma UNIQ, unterstützt von der Firma Fischer Teamplan, die sich um die Modellierung der hydrologischen Untersuchungen gekümmert hat. Die nächste Folie. Und da sind Ihnen drei bekannte Logos noch mit drin. Die habe ich unter anderem deshalb mit drin, um Ihnen zu zeigen, dass auch führende Betriebe in der Region, die Schwarzwaldmilch oder Naturenergie oder der Wasserversorger Aquavilla im Schwarzwaldparkkreis, eben auch sich dieser Fragestellung annehmen, wie kann es weitergehen. Bei der Schwarzwaldmilch geht es nicht darum, dass die Kühe was zu saufen haben. Bei der Naturenergie geht es darum, dass das Wasserrädchen am Rhein sich dreht. Und bei Aquavilla geht es darum, dass in den Wasserleitungen in Schönwald, in Furtwangen, dass auch tatsächlich Wasser kommt. Also wirklich auch nicht nur ein tierisches Anliegen, sage ich, sondern im höchsten Maße auch ein menschliches Anliegen. Wir haben diese Projekte immer so aufgesetzt, dass wir neben den sechs vorgenannten Praxispartnern, die ich Ihnen gerade kurz vorgestellt hatte, auch die Wissenschaft mit dabei hatte, ganz konkret die Forschliche Versuchsanstalt. Und die Universität Freiburg war ein Partner in dem Bereich mit dabei. Die Fachverwaltung hat uns mit unterstützt, sodass wir dieses Projekt auch tatsächlich mit Leitplanken führen konnten. Zum Schluss, bevor ich dann an den Herrn Dippel übergebe, möchte ich gerne noch hinweisen auf ein ganz interessantes Projekt, das in Bayern läuft. Das ist uns sozusagen in unserer Arbeit über den Weg gelaufen. Das Projekt Bodenständig in Bayern sind die tatsächlich von der Verwaltungsseite die Verwaltung deutlich weiter, wenn es darum geht, den natürlichen Wasserrückhalt in der Agrarlandschaft zu verbessern. Wenn Sie googeln Bodenständig Bayern, dann werden Sie auf eine Organisation treffen, die irgend so ein Zwitterding ist, zwischen Flubereinigungsverwaltung und Landwirtschaftsverwaltung, und die ganz konkret in Bayern über die Regierungspräsidien Bauern berät, Bäuerinnen berät, wie sie ganz konkret mit Landschaftsmaßnahmen Wasserrückhalt erzeugen können auf ihren Äckern und Wiesen. Davon träumen wir noch. Das ist übrigens auch ein kleiner Baustein, den wir Richtung Politik schon formuliert haben, dass wir hier tatsächlich Unterstützung brauchen. Damit wäre ich für die kurze Rahmensetzung, glaube ich, durch. Und dann würde ich gerne den Inhalt übergeben mit der nächsten Folie. Also bevor ich starte, darf ich kurz den Herrn Bolgert begrüßen, der mittlerweile zu uns gestoßen ist. Herr Bolgert, wollen Sie kurz ein paar Sätze sagen? Das finde ich jetzt eigentlich passend. Sie allen ja von der einen Veranstaltung zur anderen oder von der Arbeit, ich weiß es nicht. Aber es ist alles Arbeit. Vielleicht sagen Sie kurz Hallo, dann hat man sozusagen Sie gesehen, gehört. Also hallo von mir in die Runde, guten Abend zusammen. Ich komme tatsächlich vom Gespräch mit der Landjugend und das hat sich doch ein bisschen jetzt länger gezogen, als zuerst gedacht. Bitte um Entschuldigung. Ich möchte nur noch mal unterstrechen, dass es mir auch sehr wichtig war, dass wir vom Verband immer an den Klimapass-Projekten beteiligt waren. Das war immer ein sehr angenehmes Miteinander. Und wenn man dann gerade bei diesem Wasserthema sieht, was derzeit ja wieder passiert, dass wir in Frankreich zu wenig Wasser haben, dass wir in Italien schon Flüsse haben, die trocken liegen. Und auch bei uns in Bade-Württemberg, wo wir eigentlich immer gedacht haben, wir seien, wenn es um Wasser geht, eigentlich auf der sicheren Seite. in den letzten fünf Jahren gerade mal in einem Jahr Grundwassererhalt gehabt haben und in den anderen vier Jahren Grundwasserabnahme gehabt haben. Das unterstreicht ein bisschen, wie wichtig dieses Thema insgesamt für die Landwirtschaft auch hier bei uns in der Region ist. Danke. Und jetzt fahrt wieder zurück an Sie, Herr Wippel. Ja, danke, Herr Beukert. Schön, dass Sie dabei sind. Auf die Landjugend kann es verschmerzen. Dass Sie gehen mussten. Ja, ich würde starten nach der Einführung von dem Roland Schöttle mit sozusagen von den globalen Szenarien kommt. Der Weltklimarat entwickelt, basierend auf den Werten der letzten Jahre und Jahrzehnte der Klimadaten entwickelt Klimamodelle, die immer besser werden, die unter Einsatz von der Wissenschaft weltweit entstehen. Und Sie sehen hier auf der Linie, das ist angepasst auf die Situation in Baden-Württemberg, die Temperaturentwicklung seit 1880. Sie sind diese Jahreswerte, die da schwanken. Und interessant ist natürlich der 30-jährige Mittelwert. Das ist die Linie. Und Sie sehen, seit 1980 steigt die kontinuierlich an, stoppt jetzt 2020. Das ist sozusagen, wo wir jetzt gerade sind. Und dann geht es weiter mit den Szenarien. Hier dargestellt ist das Zukunftsszenario RCP 8,5 oder 8,5. Das ist ein Szenario, das sozusagen annimmt, es geht weiter wie bisher. Also hier wird nicht irgendwas mit stark umgesetzten Klimawandelvermeidungsstrategien gearbeitet, sondern wie bisher. Und es scheint sich eher in diese Richtung ja auch zu bewegen. Sie sehen, dieser Block nahe Zukunft, das ist 2021 bis 2050. Die Durchschnittstemperatur bewegt sich so knapp, also unter 10, also zwischen 9 und was bis 10 Grad. Und dann der große Block von, also dieser rechts oben, 2071 bis 2100, also die ferne Zukunft. Dort steigt die Temperatur weiter und bewegt sich dann zwischen 11,5 und 12,5 Grad. Das sind die Szenarien in Richtung Temperatur. Also es wird deutlich wärmer. Diese Szenarien werden immer besser, immer fundierter. Und von daher kann man davon ausgehen, dass das auch unter den Voraussetzungen, dass nicht dramatisch etwas sich in die bessere Richtung verschiebt, so eintreten wird. Nächste Folie. Das Gleiche dann, also nicht das Gleiche, aber von der Temperatur in Richtung Wasser. Also Niederschlag sehen Sie hier, den Niederschlag in Baden-Württemberg. Die Verteilung wird sich sozusagen in Richtung Winter, also in Richtung Nicht-Vegetationsperiode, Winter ist schon fast ein Begriff, den man gar nicht mehr verwenden kann, bewegen. Und es wird zu einem deutlichen Rückgang des Niederschlags in der Vegetationsperiode kommen. Sie sehen das an dem grünen Kreis. Das ist sozusagen hier der südliche Schwarzwald, wo die Menge, die Niederschlagsmenge im Sommer bis nur noch 60 Prozent betragen wird oder könnte. Und also 40 Prozent weniger Niederschlag. Und das sind eigentlich Dinge, die man heute schon so wahrnimmt oder gefühlt wahrnimmt, gerade vor dem Hintergrund der letzten Jahre. Also Niederschlag und Temperatur werden sich in diese Richtung weiter bewegen. Und das war ja auch ein Anlass, warum wir uns damit beschäftigt haben. Ist man dem hilflos ausgeliefert oder kann man was tun? Und deswegen jetzt nochmal zurück, nächste Folie, deswegen jetzt nochmal so zurückkommen auf die Eingangsthemen, was der Roland Schöttlin bei der Zielstellung sagte. Wir hatten sozusagen Literatur recherchiert, wir haben die Praktiker gefragt, wir haben die Wissenschaftler gefragt. Und diese Handlungsansätze, die jetzt hier im Folgen kommen, die sind, ich sage mal, nicht unbekannt. Ich würde sie deswegen trotzdem nochmal so in ihrer Strukturierung nennen. Also zum einen gilt es, diesen raschen Oberflächenabfluss zu vermeiden. Also im Prinzip darf das Wasser nicht oberflächig rasch abfließen, sondern es darf eigentlich, es muss umgesetzt werden produktiv, durch das, dass es durch die Pflanze geht. Also das ist sozusagen nicht abfließen, sondern in den Boden versickern und dann dort in der Verarbeitung durch die Pflanze sozusagen veredelt werden. Das ist sozusagen ein Aspekt, den man sozusagen ganz plakativ so im Kopf haben sollte. Wenn das Wasser fließt, zweiter Punkt, dann soll dieser Abfluss verlangsamt werden. Also die meisten von Ihnen ist das sicher bewusst, so was Wegebau in Landwirtschaft und Forstwirtschaft macht. Der bündelt Wasser und bringt es eher noch zum beschleunigten Abfluss. Und dann daher die Frage, was lässt sich hier tun, um dieses zu verhindern, dass das Wasser, so dieses rasche, also wenn es so fließend ist, nicht noch gebündelt wird und rasch abfließt, also Sie kennen das, also Dohlenabstände verkürzen und vielleicht Rauigkeiten erhöhen, also Dinge, die diese Bremswirkung haben. Dazu gehört auch, eine Infiltration zu erhöhen. Das ist uns ganz stark begegnet bei dem Hofbauer, wo wir es auch gesehen haben, dass in den, sozusagen in den Bach, auf diesen Bachabflüssen die Infiltration eben durch das verbessert werden kann, dass in Gewässernähe hier Hecken- und Bachbegleitende Gehölze angebracht werden. Auch dadurch schafft man es, dass sozusagen hier ein rascher Abfluss verhindert wird und durch diese Infiltrationswirkung. Ja, gerade im Ackerbau und im Grünland kann man den Wasserspeicher dadurch erhöhen, dass man einfach in der Grünlandbewirtschaftung Maßnahmen der Agronomie, der Bewirtschaftung, der Arten- und Sortenwahl ergreift und um hier sowas wie Schnitthöhen, an den Schnitthöhen arbeitet oder eben mit tiefwurzelnden Grassorten arbeitet, die es schaffen, hier den Bodenspeicher besser auszuschöpfen und hier auch den Wasserspeicher durch eine verhinderte, einen verhinderten Interflow oder verhinderte Exfiltration in das Grundwasser sozusagen auch in diese Veredelungsform führen und die Speicherkapazitäten erhöhen. Ja, der spezifische Wasserverbrauch in der Land- und Forstwirtschaft, das ist ein Punkt, auf den sind wir nicht sehr intensiv eingegangen, in der es uns in einem, sozusagen in einem oder auch in, glaube ich, bei zwei Betrieben begegnet, also so etwas wie auf Dachflächen das Wasser auffangen und dadurch den Wasserverbrauch, das, ich sage mal, der Trinkwasserqualität zu verhindern, indem das so etwas, ja, das Brauchwasser hier genutzt wird, statt dass es abfließt in die Kanalisation oder in die, sozusagen in die, in die, sozusagen in die Vorflute, dann geht hier dieses Wasser nutzt, um den Trinkwasserverbrauch zu senken, also für Viehtränken oder für Bewässerungsanlagen. Und dann ein Aspekt, der auch bei dem Hofbauern eine große Rolle spielte, war die Frage, lassen sich Retentionsräume schaffen oder so gestalten, dass hier eine Auffangssituation beispielsweise durch so etwas wie Himmelsteiche, durch eine Verbesserung oder Wiederingangssetzung von Löschteichen oder Fischteichen lässt sich so etwas installieren, dass über Retention hier in der Landschaft, also zuvorderst weit oben in der Landschaft, sodass es gar nicht erst zum Abfluss kommt, hier geschaffen wird. Wir haben das mal mit Hydrologen jetzt in dem Projekt auch durchgerechnet. Die Menge ist nicht riesig, also was man durch solche Retentionsräume an Starkregen dann auffangen kann und zurückhalten kann, aber immerhin ist es etwas, was es dann schafft, hier die Wasserspende in die in die Niederschlagsärmeren Phasen sozusagen zu verstärken oder zu verschieben. Okay, also das sind hier Handlungen, also von der Typisierung her Handlungsansätze, die uns begleitet haben, die wir am Anfang identifiziert hatten und die uns dann bei der Arbeit in den Betrieben begleitet hatten. Gut, dann kann man weitergehen. Das ist das Modell, vielleicht ganz kurz, also wir brauchten so ein Gedankengebäude, das haben wir dann ganz am Anfang mal nach Studien der Literatur, aber gesagt, wir brauchen so etwas selber, das wir selber erstellt haben. Also auf der einen Seite links ist das sozusagen der Niederschlag, der kommt und auf der rechten Seite ist sozusagen das, was sich von dem Niederschlag in einer Verdunstung und in einer Pflanzenverdunstung und Oberflächenverdunstung sozusagen wegbewegt. Und es gibt gerade bei dem Niederschlag so diese Frage, was gilt es zu verhindern? Das ist dieser kleine sozusagen Block des Oberflächenabflusses, dem gilt es zu verhindern. Es gilt den Interflow zu verringern, also das seitwärts ausbüchsende Wasser und die Exfiltration, also diese rasche Speise ins Grundwasser, sondern es gilt den Bodenspeicher, insbesondere den Bodenspeicher zu stärken und dann über die Verdunstung durch die Vegetation sozusagen zu veredeln. Also das ist so, das war so unsere, ich will mal sagen, unsere Story. Wie kann man es schaffen, hier diesen Bodenwasserspeicher zu stärken und damit die Dinge, dieses rasche Verschwinden von Wasser aufzuheben? Also vielleicht nur kurz, also wir hatten so ein Modell im Kopf und haben dann gesagt, so wollen wir agieren in Grünland, Ackerbau und Waldwirtschaft und das muss das Ziel sein hier, gerade diesen Bodenwasserspeicher hier in dieser in dieser Interaktion zwischen Niederschlagsbefüllung und Verdunstung durch die Vegetation hier zu aktivieren. Können wir weitergehen? Ja, bei der Grünlandverbesserung, das ist ja so ein, mit einem Hauptaspekt gewesen, der jetzt beim, bei dem Hof Bauer hier für uns, uns begegnet ist und auch bei anderen Betrieben, wie jetzt auch bei Ihnen, Herr Beukert, also zum einen ist es die Frage der Arten- und Sortenwahl, also wie kann durch, ja, durch trockenresistente und tiefwurzelnde Arten hier diese, dieser Effekt erzielt werden? Das zeigt uns dann nachher auch die Modellierung, also die Durchwurzelungstiefe verhilft uns dabei, also wenn, wenn so diese, diese, von 30 Zentimeter auf 40 oder noch tiefer die Sorten es schaffen den Boden zu durchwurzeln, dann aktiviert es den Bodenspeicher dadurch, dass einfach die, die Wurzeln sozusagen diesen Bodenspeicher mit aufnehmen und verwerten können, denn wenn hier nicht tiefer Wurzeln der, sondern Pflanzen da sind, dann ist auch der Bodenspeicher hier nicht für diese, für diesen Pflanzenwachstum und für die Interaktion jetzt zwischen Speicher und, und verbrauchter Pflanzen nutzbar. Also das ist der, der eine Aspekt, der andere Aspekt ist, ist die sogenannte Agronomie. Zum einen gehört dazu hier das Vermeiden von Lücken, also es ist immer wieder sozusagen im Spätsommer tritt es ja auf, man sieht es, dass hier durch, also durch, durch Trocken, also Trockenschäden oftmals noch in Verbindung mit, mit der, sagen wir so Beweidung, auftreten und hier schafft man es eben durch, Aussaat, durch Nutzung geeigneter und resistenter Grasorten hier das zu verringern, äh, das, dieses zu verhindern oder diese Lückenentstehung und dadurch verringert sich auch hier Erosion durch Wasser und, also durch vor allem Starkregen Ereignisse. Wir gehen mal ein Bild weiter. Ja, das ist, vielleicht Axel, magst du was zu sagen zu dem, zu dem Betrieb? Also, wir kommen nachher nochmal bei einer genaueren, bei einer intensiveren Darstellung da, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dem, ähm, Ja, das ist jetzt hier eine Illustration des Betriebs Kaiser und seine, seine Bewirtschaftungsflächen, ähm, der sich frühzeitig schon in der, in der etwas, äh, ja, ganz anderen Geologie, als es der Hauptteil des Schwarzwalds ausmacht, ähm, mit Kalkböden auseinandersetzt hat und sehr früh begonnen hat, äh, diese, diese CO2-Bindung durch Zwischenfrucht, äh, Nutzung, fluglose Bewirtschaftung, ähm, anzugehen, eben aus Erfahrung heraus, die sehr früh in diesen extremen oder empfindlicheren Standorten, flachgründigen Standorten eine Rolle spielen, ähm, und dort wird's, geht es um, um Grünlandbewirtschaftung, aber auch um, um Ackerflächen, die natürlich ja in, in neue Bewirtschaftungsmaßnahmen, ähm, kommen sollten, um genau dem zu dienen, nämlich diese, dieses Wassermanagement zu verbessern. Gut. Ein, ein Aspekt, der, mit dem wir intensiv diskutiert haben und der auch sehr widersprüchlich war, ob das überhaupt, so sagen, machbar ist, das sind Agroforstmaßnahmen. Agroforstmaßnahmen schaffen es insbesondere durch die tiefere Durchwurzelung, ähm, von Baumgruppen, von Hecken, äh, von Bachgehölzen, hier, ähm, also in den Bodenspeicher positiv einzugreifen und auch durch die, durch die, das Bremsen von Winderosion, durch Beschattung, hier eine, sehr positive Effekte bringen. Ähm, wir werden das nachher zeigen, am Beispiel von, von dem, äh, Hofbauer. Das führt, wenn man das tatsächlich jetzt intensiver umsetzen würde, sodass es auf der Fläche wirkt, äh, natürlich auch zu einer Veränderung von Landschaftsbild, durch das Einbringen solcher Heckenstreifen, man sieht es auf dem oberen rechten Bild nur ganz leicht angedeutet, es, ähm, könnte so dann auch umgesetzt werden durch, ich will mal sagen, eine gelenkte Sukzession, bisher ja eher Strategie, in der, in so Mittelgebirgsregionen, die Sukzession zu bekämpfen, um dieses, äh, sagen wir mal, diese Bewaldung oder diese, äh, Beschattung, Verdunkelung von, von Flächen, äh, nicht zu erzielen, die Landschaft attraktiv zu halten, ähm, was sozusagen die, 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 die Erfahrungen, aber auch die Modellierung, äh, erbracht haben, ist schon die Tatsache, dass durch so, also durch diese Unterbrechung der Landschaft mit solchen, äh, Gehölzen, also mit Gehölzen, mit Gehölzstreifen, mit solchen Gruppen, äh, auch tatsächlich, äh, starke Retentionseffekte durch Bremswirkungen, durch, äh, durch, äh, hier, äh, verstärkt Nutzen des Bodenspeichers erzielt werden können. Also Agroforstmaßnahmen sicher ein Punkt, äh, der, hier, ähm, eine ganz wesentliche Rolle bei der Verbesserung, der, äh, des Wasserhaushalts und, sagen wir mal, der abmildernden Wirkung von Klimafolken auf solchen Gründen, auf Gründlandflächen hier erzielen könnte. Axel? Ja, das ist so ein Beispiel, Herr Beuker, das ist von Ihnen, ähm, von Ihrem Hof, das deutet nur ganz leicht an, hier, ähm, diese Maßnahme auf der Gründlandfläche hier, äh, wo, ähm, durch Pflanzungen, ähm, solche Beschattungseffekte dann erzielt werden können. Was, wollen Sie selber zwei Sätze zu sagen? Also mich hat auch die Bremswirkung für den Wind, weil das doch auch bei mir immer eine große Rolle spielt, trotz ich eigentlich alle weiters umgeben habe von, äh, und was ich mir natürlich auch erhofft, und das haben Sie ja auch Anspruch herbekommen, dass über das Laub noch mehr Humus auf der Fläche gebildet werden kann. Das ist gerade auf den, äh, mageren Standorten, wo ich habe, kann ich ganz klar feststellen, dass die Walzer halt die Fähigkeit in den letzten Jahren massiv abgenommen hat, und ich gehe davor aus, weil eben da dann auf dieser Extensivfläche auch ein entsprechender Humusabbau stattgefunden hat. Danke. Ja, danke, Herr Bolkert. Wir gehen weiter, Axel, vielleicht, Frau Tarskale, wie viel Zeit haben wir denn, so in Summe? Nicht, dass Sie uns dann gleich die rote oder gelbe Karte zeigen. Also wir würden gerne noch später ein bisschen Zeit haben, damit eben Herr Bolkert auch noch von seinen Erfahrungen berichten kann. Wenn Sie so in zehn Minuten nochmal auf die Uhr schauen könnten, wer kann das sagen? Ja, das machen wir. Danke. Ja, ähm, angesprochen, die Frage der Retention, also einmal Retentionsgehölze, das ist, jetzt geht jetzt, links ist ein Bild hangabwärts, also hier, ähm, so eine etwas verbreitete Aue schaffen, um diesen, ähm, diesen Zufluss zu den, ähm, ja fast, äh, so, sagen wir, in Richtung trainierenden Wirkungen abzubremsen. Oben rechts, vielleicht gar nicht so gut sichtbar, ist eine natürliche Retentionsmulde, das ist tatsächlich, ich würde mal sagen, so eine Art, äh, wie so ein natürliches Schwimmbecken, das dann eben, da liegt dann im Frühjahr noch lange, ähm, der Schnee drin, und da hält sich auch das Wasser nach Niederschlägen länger, also hier ein natürlicherseits, äh, bestehendes, und, äh, unten rechts, ähm, solche, äh, ja, äh, Retentionsmulden. Was, wenn wir weitergehen? Ähm, es gibt sozusagen, ähm, künstliche Retentionsmulden, die so in den letzten Jahren etwas in, würde man sagen, in Vergessenheit geraten wurde, hier also ein Löschteich, den man tatsächlich reaktivieren könnte, wieder als Bewässerungsteich, oder als, sagen wir, Bewässerungs, ähm, soll man sagen, Fläche. Ja, Speicher, danke. Und das Gleiche, ein Zweiter, ähm, ist hier der Löschteich bei, beim Hof Bolkert, wo man sagen kann, oder die Frage stellen kann, inwiefern diese vergrößerbar, reaktivierbar sind, also solche, ich sag mal, wenn sie beide oben liegen, dann kann man Himmelsdeiche sagen, aber solche, solche Einheiten gibt's relativ viele, im Schwarzwald, ähm, auch oberhalb hier gibt's, ähm, ein paar alte, nicht mehr existierende Fischteiche, ähm, also es sind alles Flächen, die tatsächlich genutzt werden könnten, um Wasser zu speichern, und dann, ähm, sozusagen in, bei Starkregenereignis zu speichern, und dann nach und nach abzugeben, äh, das dann tatsächlich auch einen, so eine Art Aue-Effekt hätte, da müssen sie sich natürlich pro Jahr, weiß ich nicht, 20, 30 Mal entleeren und wieder befüllen, und würden dann, auch sozusagen, aus der ökologischen Perspektive, eben nicht als Dauer, äh, als Dauergewässer, sondern als, so ein, als Wechselgewässer hier, eine ökologische Wirkung haben. Gut, dann gehen wir weiter. Wald gehe ich nur ganz kurz ein, ähm, also auch im Wald können, sozusagen, im Gegensatz zu den einschichtigen Monokulturen, können durch Baumartenzusammensetzung, durch eine, durch eine Gliederung im, im vertikalen Aufbau, also durch mehr, mehrere Schichten, durch Verjüngungsverfahren, also kann durch gestufte Bestände, kann hier, ähm, einiges erreicht werden, in Richtung einer verbesserten, ähm, verbesserten, Wasserspeicherfähigkeit, und was auch über, über Waldbau, über Pflegemaßnahmen dazu führt, dass auch resilientere, ähm, Wälder entstehen. Also hier Wald, sicher ein Thema, in dem auch viel zu diesem, zu dieser Frage der, wie zukunftsfähig sind, sind Wälder, wenn die eben mehrere Baumarten und eine andere Pflege, als in der Vergangenheit, ähm, bekommen, wie zukunftsfähig sind die dann? Magst du? Ja, das war eine Hangrutschung, es ist, Wegebau spielt eine große Rolle, also in Land- und Forstwirtschaft, hatte ich schon gesagt, ähm, auch durch diese Starkregenereignisse, ist der Wegebau gefordert, ist zu einer raschen Ableitung, zum Schutz des Weges zu führen, und gleichzeitig aber es zu schaffen, nicht diese permanente Bündelungsfunktion und Konzentration zu, zu, so mal zu machen. Also hier ist diese Ableitungsfunktion nicht gewährleistet gewesen, der Boden ist durchfeuchtet, und es kam zu diesem, zu dieser Rutschung der Weges, also sozusagen, nach unten, ja, hat sich nach unten verlagert und musste dann wieder neu gebaut werden. Auch hier hilft, ähm, eine Wegebau-Maßnahme dafür, dass sowas dann nicht passiert. Aber es ist immer diese Balance zu schaffen, zwischen dem, ähm, eine Bündelung aufzuheben. Hier ist natürlich die Frage dann von, über Durchlässe, Abstände und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, ähm, 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 stärken, ähm, angebracht. Wie kann ich das gestalten, um hier, ähm, balbengerecht zu werden, nämlich das Wasser nicht zu bündeln, sondern möglichst auch wieder zu verteilen, ähm, 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 an der, äh, an der Hangseite. Gut, Axel? Ja, vielleicht, Axel, würdest du das darstellen? Das ist ja die Planung der Maßnahmen in Berna. Gut, ich, wir kommen dann, äh, in, in der Betrachtung von den, von der Darstellung der Einzelmaßnahmen, die der Bernd Wippel jetzt gerade genannt hat, so eine, zu dem Aspekt, wie könnte man sowas in, in einem Betrieb, ähm, nutzen, in der, die gesamte komplette, äh, Liste sozusagen von möglichen Ansätzen. Und das ist hier an einem Geländerausschnitt, rot umrand, und randet von circa 270 Hektar im Bereich des Hof Bauer, der hier unten eingezeichnet ist. Das sind also nicht alles Flächen, die, ähm, zum Hof gehören, aber die zu dem Landschaftskomplex gehören und die illustrieren sollen, wie wir auf Landschaftsebene mit einer Bündelung oder mit einer Anordnung von einem Maßnahmenbündel agieren könnten. Wir fangen mal an mit den gelben Flächen, die Sie hier drüben als Mähwiesen dargestellt sehen. Ähm, hier hätte man die, die, äh, vorgestellten Maßnahmen zur, zur Verbesserung der, des Wassermanagement in dem, in der grünen, äh, Wiesn, also der Wiesnbewirtschaftung angewendet und umgesetzt. Ähm, ja, diese Flächen sind trainiert in dem Fall. Eigentlich müsste man sagen, die Drainage ist heute etwas, was, was die Fläche verschlechtert und nicht mehr verbessert. Es ist ein südexponierter und recht steiler Hang in diesem Bereich und wir sehen hier oben eine Kuppenlage. Also es ist so ein, so ein Kopf, den, den man hier sieht, ohne dass die Konturlinien jetzt so ganz deutlich rauskommen. Man sieht an, an, an der, in der blauen Farbe, ähm, die Gewässerlinien, also was entfässernd hier ist, von kleinen Bächen, bis hin zu, nur zeitweise wassergefüllten Mulden, ist hier angedeutet, an welchen, äh, Stellen und, und Bändern in der, in dem Abflussgeschehen Retentionsgehölze eingesetzt werden könnten. Und ein anderes Element sind die auch in blau dargestellten Möglichkeiten, ähm, Retentionsgewässer, ähm, kleine Teichflächen, die zum Teil auch schon vorhanden sind oder die ganz geschickt, ähm, auch das Wegenetz nutzen können, um hinter diesen, den aufgeschütteten Wegdämmen solche auch gut bewirtschaftbaren Retentionsmulden zu schaffen. Hier oben, das war, das Foto, was wir eben gesehen haben von einer natürlichen Mulde. Eine ähnliche Verebenung gibt's, gibt's ganz oben auf der Kuppe. Das sind, äh, Ansätze, wo man tatsächlich oben im Gelände in einem frühen Stadium Wasser zurückhalten kann. Ein weiteres Element, das geht jetzt um den grünen Bereich, Agroforst-Hecken, hier als gelb-grüne, ähm, Linien eingezeichnet, die sich zum einen an den schon vorhandenen, äh, Hecken, jetzt zum Beispiel hier im unteren Teil oder hier zwischen den Mähwiesen orientiert haben, aber einfach verstärkt werden und die sich andererseits an den Weglinien anlegen können, an der oberen Seite der Böschung, wo sie eben auch gut platziert werden könnten, den Hangwasserfluss unterbrechen. Das Ganze ähnelt von der Anordnung auch den Ideen, die beim, beim Keyline-Design verwendet werden. Diese, entlang dieser Hecken kann, kann Wasser auch geschickt abgeleitet werden, sodass es von dem Wasserlauf in Richtung der Konturlinien wiederum in trockene Bereiche gelenkt wird, wenn man diese Hecken mit kleinen Eingriffen in den Boden und damit so eine Art, ähm, Mulde noch zusammendenkt in der Gestaltung der Landschaft. Und zuletzt rot umrandet, blau dieser Kreis, das sind, äh, auch wichtige Punkte, nämlich die Zisternen für die Viehtränke, wo, ähm, der Gedanke war, dass man möglichst viele, ähm, Punkte, geschickte Punkte nutzt und in, in, in den Abfluss hinein auch noch weitere Zisternen plant, denn, äh, das, eben, das, die, die Speicherkapazität, ähm, in der Zukunft auf diesem Südhang geringer wird von jeder einzelnen Zisterne, das ist eigentlich auch klar und wurde auch, ähm, auch, ähm, so als, 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 als Moment stark diskutiert, weil, äh, Zisternen tatsächlich trocken gefallen sind, von denen noch nie jemand davor, äh, wusste, dass, dass sowas passieren kann in einem Sommer. Das war dann nach drei Trockenjahren dann plötzlich der Fall. Eine, äh, eine Maßnahme habe ich noch vergessen, das sind tatsächlich Agro, Weid, Agroforst, Weideland, das sind, heißt, lockere Baumbestockungen, die jetzt anknüpfend an die frühere, ähm, auch Bestockung, die auf diesen Flächen auf stark felsigen oder, äh, mehr trockenem Untergrund da war, also hier auch wieder die Idee, an den höchsten Stellen anzufangen, um diese Vertiefung in, in, in der Durchwurzelung zu nutzen, anknüpfend an auch Flächen, die, äh, eben standörtlich für die Weide auch nicht so attraktiv sind und andererseits, die eben oben im Gelände gelegen sind, um diese Effekte zu verstärken. Ich würde mal sagen, dass ich nur darauf eingehe, dass wir hier in diesem, in dieser Studie auch mit einem hydrologischen, äh, äh, Institut, äh, das Ganze modelliert hatten am Hof Bauer. Wir haben also dann dort die Standortbedingungen, äh, genommen, wir haben die tatsächlichen Niederschläge und Temperaturen der Jahre 2012 und 2018 herangezogen, 2012 ein eher feuchtes Jahr, 2018 ein trockenes Jahr und haben zusätzlich noch ein fiktives Jahr 2050, äh, sozusagen weiterentwickelt anhand dieser, dieser Welt, an dieser Szenarien vom Weltklimarat und haben dann mal geguckt, was passiert denn da? Ich würde Ihnen das im Einzelnen ersparen und auf die übernächste Folie gehen und nur, ähm, sozusagen auf die Aussage, wie viel Trockenstresstagen sind, ist denn das, das Grünland, ähm, ausgesetzt in dem Jahr 2012, in dem Jahr 2018, im Jahr 2050, also sozusagen weiterentwickelt in, äh, in Richtung, äh, Klimaveränderung und was wäre, wenn, ähm, wie wir hier mit der Mähwiese so weiter verfahren, wenn die weiter so behandelt wird wie bisher oder was wäre, wenn die Mähwiese mit solchen, ähm, Maßnahmen wie andere Sortenwahl und andere, andere Behandlungsmethoden, Schnitthöhen, ähm, auspflanzen von, ähm, von, ähm, von Fehlstellen hier behandelt werden würde. Wir sehen das im Jahr, also, und Trockenstress ist dann gegeben, wenn die Wasserverfügbarkeit der Pflanzen unter ein bestimmtes Niveau fällt. Wir sehen, 2012 gibt es sozusagen null Trockenstresstage, das heißt also, aus Ausgangspunkt, Baseline, so wie es war, hat sich nichts verändert, das heißt, das kann auch nicht besser werden, ähm, oder es kann sich ja nicht verändern mit den angepassten Maßnahmen. 2018 gab es, äh, 26 Trockenstresstage, also tatsächlich, sozusagen in unserer Modellierung mit den Vor-Ort-Verhältnissen und dem Niederschlagsregime und wenn wir jetzt unsere Modellierung durchführen, wären das nur fiktiv neun gewesen, würden wir jetzt ins Jahr 2050 gehen, dann würden, ich sag mal, unter einer nicht angepassten, also in einer weiter, weiter so bewirtschaften, 33 Trockenstresstage, Stresstage anfallen und in diesen angepassten Maßnahmen, 21. Sie sehen, der Effekt ist da, dieser abpuffernde Effekt, also modelliert und immer unter den Restriktionen, in denen das so ein Modell eben, eben beinhaltet, aber es, diese, diese abpuffernde Wirkung ist doch, äh, doch zu sehen und, äh, das jetzt sozusagen im, im Auge des Betrachters und des Bewirtschafters, äh, eben solche Anstrengungen zu machen und sagen, okay, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt das Wert, das zu tun und, ähm, hier ist sozusagen ja nur das Grünland, ähm, als Grünland weiter betrachtet worden, äh, intensivierbar wäre das Ganze, indem, hier, Agroforst, äh, der Maßnahme noch durchgeführt werden würden. Also es ist sozusagen, wäre noch steigerbar von den Anpassungsmaßnahmen, aber erst mal hier der Effekt ist tatsächlich gegeben, allein durch eine Veränderung in der Grünlandbewirtschaftung. Ich denke, damit würde ich die Modellierung auch, sozusagen, äh, habe ich sie kurz gehalten und ich hoffe, es war verständlich, ähm, was die Effekte aus dieser theoretischen Betrachtung her, äh, wären. Axel, ich glaube, wir müssen dann auch langsam zum Schluss kommen. Ähm, wo willst du hin? Ja, da ist gut. Ja? Also was, was die Diskussionen waren, gerade im Hinblick auf eine Veränderung des Grünlands, es ist viel, sind viel FFH-Flächen in dem Grünland und überhaupt in der Region des Südschwarzwalds und jeder Eingriff, jede Veränderung bedeutet ja auch eine Veränderung, ähm, in einem Gebiet, das man eigentlich nicht verändern darf. Man kann auch sagen, der Klimawandel darf es auch nicht verändern, das tut er aber. Also aus unserer Sicht wäre es trotzdem notwendig, hier in diesen, ähm, auf diesen Gebieten, in diesen Kulissen zu arbeiten, auch, auch daran, dass man sozusagen dieses, äh, erhält, mit diesen abpuffernden Maßnahmen und nicht die gesamte Fläche, dann aus der Lebensraumtyp-Eigenschaften, äh, Eigenschaft hier sozusagen rausfällt. also in Summe steht hier quasi sozusagen der Ansatz einer Verbesserung oder einer Abmilderung der Effekte, demgegenüber, dass man eigentlich diese Fläche so erhalten müsste, dass sie diese Lebensraumtyp-Eigenschaft weiter behält, was aber im Zuge des Klimawandels und auf mittlere Perspektive eher unwahrscheinlich erscheint. Gut, Max, Ich glaube, wir gehen da jetzt drüber, dass wir noch mehr Zeit dann für die Diskussion haben. Das ist jetzt einfach der kurze, der kurze Ausblick. Genau, noch fünf Minuten wäre ganz super. Dann müssen wir aber einen Krat reinziehen, wir haben schon Fragen. Genau, das ist die letzte Folie hier. Also was in Zusammenfassung ist, die Maßnahmen sind wirksam. Wir sehen das, dass die Landwirte hier auch einzeln, also von sich aus solche Maßnahmen ergreifen, wie Herr Bollkart es sagte, hier einbringen von, so im weitständigen Abstand von Bäumen auf der, auf der Wiese, damit das Laub sozusagen eine Humusverbesserung bringt und die Beschattungswirkung eintritt. Also die Maßnahmen sind sozusagen aus der Erfahrung, aus der Praxis, aus der Wissenschaft und aus unserer Beobachtung wirksam. Sie sind jetzt, bewirken keine Wunder, aber sie, sie haben doch eine abmeldernde und dämpfende Wirkung. Es gilt, einige Hemmnisse zu überwinden. Das sind, was ich zuletzt sagte, einmal die formalen Hürden. Wenn man eingreifen wollte in, in solche Systeme, dann stehen naturschutzfachliche, sicher naturschutzfachliche berechtigte Interessen, oftmals dem entgegen. Man sagt, ich habe es ausgeführt und unserer Ansicht nach sollte man gerade deswegen proaktiv auch so auf solchen Flächen arbeiten, um hier, also die Schutzwirkung auch sozusagen auf den Restflächen zu erhalten und auch um solche Dinge einfach, ich sage es mal, auszuprobieren. Insgesamt, das war ja auch der Ansatz, nicht sozusagen nur in Grünland oder in verschiedenen Landennutzungstypen zu denken, sondern eigentlich eher ein Denken in Wassereinzugsgebiete, also sozusagen das zu erweitern und hier in den bewirtschaftungsübergreifenden Denken zu kommen. Das Landschaftsbild wird sich verändern, wenn tatsächlich sozusagen, ich sage, das war es wie mit Agroforstmaßnahmen, mit Pflanzung, mit gelenkter Sukzession gearbeitet wird, dann wäre tatsächlich auch das Landschaftsbild ein verändertes. Das muss man sich bewusst sein und sozusagen den Effekt dagegen abwägen, ob man das möchte und was man tun kann, um hier die Akzeptanz zu steigern. Bei den Forderungen, ja, im Prinzip geht es um eine Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft. Es geht gar nicht um eine Förderung, sondern es geht um eine Kompensation der Dinge, die die Landwirte tun, um den Klimawandel entgegenzuwirken. Und hier auch, sagen wir, diese verbessernden Wirkungen, insbesondere auf den Wasserhaushalt, hier auch, ich sage mal, kompensiert, ersetzt und, ja, einen leistungsgerechten Ausgleich dafür zu erhalten. Wir sehen, das hat der Herr Schöttle vorhin gesagt, auch Leuchtturmprojekte sind wichtig. Bayern hat hier sicher eine gute Vorbildwirkung mit dem Bodenständigprojekt. Die waren ja auch Städter Projektbegleiter bei uns. Okay, ich glaube, ich kann hier, ich kann hier enden. Es gibt eine ganze Reihe von Forderungen, da könnten wir jetzt noch lange diskutieren. Vielleicht tun wir das auch eher in der Diskussion, als dass ich das jetzt in dem Vortragsstil weitermache.